Dann, für das österreichische Team am Start. Mein Name ist Gerhard, ich studiere Medizin in Graz, arbeite im österreichischen Open Graz, ich bin 23 Jahre alt. Ich gebe gerne Partys, ich liebe es zu kochen, ich bin eigentlich ein sehr logisch denkender Mensch. Ich bin unordentlich, ich habe das alles, was mir sehr wichtig ist. Ich investiere auch sehr viel Zeit und Geld darin. Man kann auch ein kleines Bastreckchen bauen, schaut nach sechs Jahren. Expedition Robinson, ab 17. September bei RTL 2.